Hallo, liebe Schwestern, ich bin Jesus Christus hier, ich bin Issa Klusen. Ich habe mir aufgestanden Friedach-Feier-Videos, wo wir in der All-Ambastion rühren, 5 Minuten, und ich konnte den nicht aufschalten. Wir sind so lange. Von dem habe ich mit Seierspauten. Und ich kann den nicht mehr aufgeben. Das Internet ist irgendwo so falsch geprammelt, dass wir da nicht, naja, da hast du nicht rühren für noch längere. Wenigst nicht an meinen Fohnen. Ich habe alle mit den Fohnen angegangen. Und trotzdem. Ich stelle Friedach wählen, dass ein Jahr, ein Monat und ein Tag, von dem wir nur 2. Mai sind. Von dem ich zu Ihnen sage, ich glaube nicht, dass wir diesen Korn draschen würden, wie das kleine Kornchen. Ich glaube nicht, dass wir diesen Korn draschen würden, aber wo wir irgendwo in der Welt sein würden, dort ja auf der Hellen ja jetzt mehr an, sei dort so als dort. Okay. Nun sind wir ein Jahr, ein Monat und drei Tage. Verwärts zu gehen. Was haben wir alles hier gesagt? Mir wäre es ja abfeuerlich, ein Profit zu sein. Sie haben eine 2003 Tierenbohrung gehabt, als sie 21 Tage die Pfosten gebeten haben. Wenn sie auch von Pfosten im Beden reden, und sie wollen irgendwelche Übenbohrungen haben von Gott. Ihr seid ja der 58. Kapitel, davon seid ihr ein Veränderteres ab. Wo wir Pfosten sollen, dass wir Erhebung kriegen bei Gott. Und er sagt, wenn ich den 21. Tag gepfost habe, dann hat er eine große Vision gesehen. Und in dieser Vision hat er gesehen, zwei große Jäste, wenngst sie von Meter hoch. Und da haben wir, äh, äh, die sind fastgekert gewesen, und mit Feierkeden, und Feierkeden, und Heierkeden, und Residen, die sind blass lang fastgekert gewesen. Und da haben sie geschrien. Baut, Baut, kann wir los, äh, die Menschen brauchen, die die für uns bereitgemerkt sind. Also, und, und, das ganz abfallende, was die, äh, die Profit zu sagen, sagt er, sie hat gesagt, wo, äh, die Menschen, jetzt hier rausfahren, er fuhren jetzt hier raus, immer noch mal, immer noch mal, immer noch mal, immer noch mal. Was will man einmal sagen, dass der erste, wo sie rausfliehen werden, das werden alles so mit dem Müllkack ab. Und in diesem Zeitpunkt, von 9, vers 13, 14, 15 und wieder, und ganz besonders den 15. vers, dass du die Gäste, die du geholfen hast, am Eindrädel von der Menschheit auf dem Möten. Wenn wir in jeder Einer, wenn wir Jesus Christus kommen, nicht mehr können, wenn wir uns die Möten für Gott.